Sehe es! So, weiter geht's. Oh. Ach, ist es schön, im Freien zu sein. Ich fühle mich so frei. Hm? Das glaub ich dir. Hm? Ja, wieso mit Ritchell bin ich eigentlich vorne? Ich sollte meine anderen auch trainieren. Na, der ist ja so jetzt tot. Kleinstein, wechseln wir gleich. Hm. Na ja, nehmen wir dich. Wink nieb. Ja, das ist sicherer Tor für Kleinstein. Wow, wen entwickelt sich das eigentlich? 22? 32? Irgendwas? Keine Ahnung. Okay, 32 ist etwas übertrieben. Ich schätze einfach mal irgendwas mit 20. Ja, genau so schnell als ich. Und überlebe auch noch natürlich. Nein. Nein. Besser. Ja, kratz mich. Schlitz mich auf. Ha, 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 ha. Ja, gehst du zur Seite, Fettwanz? Was ist das für ein Fettwanz? Ich sag, wenn du schon so weit gekommen bist, solltest du dir Zeit nehmen, um etwas Seiste-Seigen zu unternehmen. Geh nach Norden und seht ihr den Seedestwanz an. Okay, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, da war ich ganz vorne. Also, dann war es wahrscheinlich besiegt. Versuchen Sie den leckeren Wut-Keks. Nein, danke. Oh, er hat mich bemerkt. Man kann so viel unternehmen mit seinem Pokémon. Das macht unheimlich viel Spaß. Ein Camper möchte kämpfen. Ah, ich bin besser als du. Au. Jetzt nochmal. Okay, ich wehe hier. Ich bin vergiftet. Wehe, ich bin vergiftet und schon passiert es natürlich. Voll gemein. Ja, wechsle ich jetzt mal. Weg nie. Au. Nein, nicht Sandwirbel. Ach, wie ich das hasse. Dann geht alle am Tag wieder neben. Ja, was sag ich. Boah, dann eben Rankenhieb. Eigentlich Level ab. Ja, wechsle ich nicht. Nein. Gute Nacht. Gute Nacht. So, Lukas jetzt baden. Ha. Nicht sehr effektiv. Toll. Ja, geht doch. Nein, du gehst jetzt wieder schlafen. Nein. Jetzt kratze ich ab. Mann, du dummes Vieh. Ja, töte dich selbst. Loot. Nicht mehr verwirrt. Schön. Und noch ein Level. Die Lehre macht überhaupt keinen Spaß. Na ja, dein Peck. Au. 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 Boah, das nervt richtig. Heil mich. Oh, oh. Hier will ich doch gar nicht hin. Oh, oh. Na, wird nämlich schwindelig. Da dauernd den Kreis drin. Boah, was sind das für Perverslinge. Stehen geblieben. Der Wegzoll. Wegzoll beträgt. Wegzoll. Wegzoll beträgt 1000. Vielen Dank. Nicht dem Erste, oder? Aha. Stell dir mal vor. So ein Fragezeichen, Freizeichen, Fadenzeichen hat sich über mir meinen Pokémon lustig gemacht. Das ist unsere Rivale. Unverschämtheit. Mein Pokémon ist toll. Mein Pokémon ist toll. So. Das heißt, ihr müsst nur eins haben. Sonst hätte ihr auch ein Pokémon. Und... Vergesst es. Blut. Ja, tritt auf mich ein. Wie so ein Geistesgestörter. Oh. Oh, oh. Ja, Volltreffer. Wann bekomme ich mal ein Volltreffer? Hä? Wann denn? Wann? Wann ging es zum Flanzen? Wann? Wann? Gw? Wann? Wann? Wenn du nicht? was hat er jetzt mir abgezogen ich habe keine ahnung schlaf ruhig weiter na ach der offen töte mich oder auch nicht ich nehme alles zurück jetzt bist du tot das war jetzt eine schwule lache ich weiß mein niederkling hat sich wacke geschlagen ja willkommen zu einer ruby-to-würde zu einer ultrigare ich liebe pokémon deshalb habe ich angefangen pokémon zusammen und damit werde ich auch nicht mehr aufhören ha und eins habt ihr ich glaube Richie du bist der falsche für diesen kampf ja bis es mir ist furcht oh 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 naja das gefällt mir jetzt nicht sehr oh 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 okay oh 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 Soll ich jetzt mich allein gehen? Nein, kein Bock. Ich gehe da jetzt einfach hin. Wo bist du? Oh Gott, ich weiß schon, was das jetzt auf uns zukommt. Sieht man es von hier irgendwo? Nein, ich habe gehört, diese Sehnen stand durch wütende Garotus, ich frage mich, ob das eine Verbindung zu der momentanen Situation besteht. Ich möchte auch was sehen, ich gehe jetzt einfach ins Haus, kann ich mich da ausruhen? Der See des Torns ist eigentlich ein Krater, der durch wütende Garotus erschaffen wurde. Der Krater füllt sich mit Regenmasse und so entstand der See. Diese Geschichte erzähle ich schon der Urgroßvater meines Großvaters. Wie konnte man dir blablabla 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 blablabla. Der hat kein Bett, wo schläft der bitte? Ok, ich beende den Bett, also... Sniff! Ich liebe dich. Okay, ich habe es dann gemacht, bis dich.